Dann soll die Altersgrenze, da wird die Altersgrenze 16 sein und nun Svetlana Tarasiewicz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie kommt aus Minsk in Weißrussland, Svetlana Tarasiewicz wird 15 Jahre alt, erst im August, zählt somit auch hier zu den jüngeren Teilnehmerinnen. Viktor Komutschow heißt Ihr Trainer. Wir sehen uns noch einmal eine Akrobatikbahn an von ihr. Die zweite, die Vorwärtsbahn mit dem Salto vorwärts, ganze Schraube. Ein Temposalto und eine Doppelschraube. Sie muss da die Bodenfläche verlassen. Tarasiewicz für ihre Bodenübung 9,425.